Hallo liebe Mitschüler, wir möchten euch hiermit zum alljährlichen Talentabend am Donnerstag einladen. Es warten tolle Apps auf euch, wie zum Beispiel die Hula-Op-Spestern, die Gangster-Bros und das Ein-Mann-Theaterstück Die Katze. Also, bis Donnerstag! Also Gottlieb, Generalprobe, bist du soweit? Ja! Super! Licht! Und eins und zwei und drei und vier! Die Katze pirscht sich ran! Die Katze faucht! Ja! Let me hauen! Fauchen Gottlieb, fauchen! Ja, lauter fauchen! Ja, super! Spitze, klasse! Fauch lauter! Reklau Gottlieb, du bist eine Katze! Du bist eine Katze! Ja! Gay! It's okay, it's sweet! Oh Mann, Ruhe auf den billigen Plätzen! Einfach ignorieren! Wenn die sagen, du bist gay, dann denkst du dir einfach, hey, wir sind selber gay! Okay Gottlieb, machen wir weiter! Äh, ja, kein Problem! Also, from the top! Hallo, Tobi! Danke für die tolle Technik heute, Partner! Ich rapp den ganzen Tag! Weil ich rappen so sehr mag! Ich hab zwar eine Bisschen-Massin! Doch nur, weil meine Mutter nicht genug Geld für die Nachhilfe hatte! Bitch! Oh, burn, burn! Alter, burn! Ich bin ein Rapper auf der Schule, Alter! Oh, nicht Spaß, nein, ja! Nein, 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 nein! Nö, nein, 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 nein... Ach, Minzi, was willst du denn hier? Du hast ja recht. Oh, Minzi. Herein. Und am Donnerstag ist halt der Auftritt. Und die will ja nur, dass mein Katze-Theater richtig gut wird. Aber das Bühnebild ist irgendwie nicht so schön. Die anderen Kinder sagen, ich bin gay und sie schlagen mich. So, ein bisschen Musik zum Relaxen. Okay. Die anderen Kinder sagen, ich bin gay und sie schlagen mich deswegen. Manchmal werde ich so wütend, dass ich mir wünsche, die werden alle tot. Und ich will ja nur, dass mich jemand mag. Oh nein, das ging schon wieder. Gestern ging's noch. Oh, jetzt geht's wieder. Gewalt ist jedenfalls keine Lösung. Hallo, Partner. Der Nächste, bitte. Äh. BITCH 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 Die Jungs fragt richtig ab oder? Es riecht auf Geld… Es riecht auf keinem wald Wenn's Dir nicht gefällt… Hier spricht der Herr Beschle.. Dies ist eine kurze Durchsage ins Backstage zum Gottlieb Hier drausen läuft alles soweit super spitze klasse Jetzt sind uns nur 2 Minuten bis du dran bist Deshalb kurze Frage ... Bist du soweit? Oh, oh, oh. Die Drohne, bist du soweit? 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 Viel Glück, Schniedel. Ja, viel Glück, Schniedel. Schniedel. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie auf der Bühne. Gottlieb Schneider. Gottlieb, denk dran, du bist eine Katz. Eins und zwei und drei und vier. Die Katze pirscht sich ran. Die Katze stinkt. Die Katze hat einen kleinen. Die Katze faucht. Also Gottlieb, pack das Ding weg. Tobi, mach den Vorrang zu. Wie heißt das Maria im Willen? Ich brauch deine Hilfe. Wofür? Wofür? Gottlieb, Tobi, was auch immer ihr vorhin. Mach jetzt nicht. Du bist doch nicht wirklich im Platz. Und du kennst doch heute noch ein Video. Bitte, 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 ne? Nein! Wofürst! Wofürst! Huh? Game? Wofürst! Wofürst! Bist du schon? Wofürst! 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 Huh 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 huh? Das war das Theaterstück Die Katze, ein großes Danke an meinen Partner in der Technik und jetzt noch viel Spaß mit den Hula Hoop Schwestern. Hallo liebe Mitschüler! Wir möchten euch darauf hinweisen, dass es ab Donnerstag eine neue Theater-AG an unserer Schule geben wird. Die Leiter sind Gottlieb Schneider und der Tobi. Also, dann bis Donnerstag!